Das ist gerechnet, genau 9 sind gerechnet. Ja, jetzt ist doch das gar nicht so höcherschlecht. Ja, ein paar Meter, aber schon ein bisschen. Boah, aber jetzt sind wir die längsten. Ein Porno! Boah, nein, aber zuckergut! Wir fahren jetzt gerade 11 km. Ab 9 km ist er schon das erste Mal in die Luft gekommen. Wir fahren jetzt mit 3 m pro Sekunde. Jetzt fährt er mit dem Regler. Vollständig geregelt. Er wird gar nicht mehr drauf drehen. Ich würde sagen, dass ich ihn verfolge. He, Lebelis? Ich würde sagen, dass ich ihn verfolge.